Moin Leute, hallo, wie geht's? Alles klar bei euch? Hier ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und heute mal wieder mit Let's Play Together, Schweizer ist dabei, GTA 5 Bay, YouTube Gamescom, GTA 5 Fan, Currywurst Stylix, hm, hab ich echt mal Lust auf Currywurst wieder, und Neo 1912 und der Roboter ist dabei. Genau, das sind die Leute, die heute dabei sind bei meinem Let's Play, und heute hab ich mir mal gedacht, hey, wir erkunden nochmal neue, äh, neue Gebiete, und das heißt, reiß drauf, zieh mir das Ding runter, oder nee, warte, am besten springe ich jetzt hier gleich runter, hehe, und ich hoffe, dass der PSN-Freund jetzt hier auch gleich aussteigt. Wo ist das Flugzeug? Da oben. Komm, du musst aussteigen. Steig aus, steig aus, steig aus. Er muss bald aussteigen, Achtung. Das Flugzeug, das wird abstürzen, Leute. Oh, geil, jetzt können wir jetzt hier schön gucken, wie das Flugzeug runterstürzt. Oh, ja. Guck mal hier, Baby, läuft's. Achtung. Boom. Es tut uns schrecklich leid, das Flugzeug ist tot. Aha, ganz viele Windkraftanlagen, Leute. Hey, Leute, ich habe What's App. Ihr denkt, ich lüge? Ja, hört's euch da selbst an. Ja, der Justin, der ist auch in meiner Ding, in meiner WhatsApp-Dingsbums. Äh, jetzt habe ich nur noch eine kleine Frage, wie macht man das eigentlich mit den WhatsApp-Leuten? Wie mache ich die dazu? Weil ich bin da ein bisschen planlos, wie das funktioniert. Und da würde ich mich natürlich gerne freuen, wenn ihr mir helfen tut, wie man da noch, äh, wie man da Leute zuzufügt. Äh, ich habe es bisher nur so gemacht, dass man Kontakte irgendwie zufügt. Hey, was geht ab? Aber WhatsApp ist echt geil. Jeder, der es hat, kann sich bei mir melden, auf YouTube, Nummer posten, dann mache ich euch in meine Kontakte. Dann geht's ab. Huh, Baby, wir sind ja richtig schnell. Wo wollte ich denn eigentlich hin? Genau. Boah, das ist geil. Guck dir das Ding mal an. Aber das holen wir uns. Das holen wir uns jetzt. Nein! Nein, bleib stehen! Ah! Mann, ist das eine schwere Geburt, Leute. What the fuck? Hey! So! Polizei, bleib stehen, bitte! Stopp! Hey, super, den können wir uns, den können wir uns jetzt schnappen, Leute. Stopp! Hey! Das erinnert mich ja an irgendjemand. Also nur nicht wer. Mal gucken. Hm? Keine Ahnung. Hallo! Servus! Lebt er noch? Oh, er hat Geld geschissen. Ist ja cool. Boah, ein Zug! Ein Zug, Leute! Da müssen wir drauf. Ich hab mal gehört, man kann auf so einen Zug draufspringen. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Tata! So funktioniert das. Und schon stehen wir auf dem Zug drauf. Auf dem fahrenden Zug. Äh, ich mach mir das nicht so kompliziert, wie manche andere, die extra auf eine Brücke gehen. Ich häng mich da einfach ran. Fertig. Hab ich bei Giga gesehen, gell? Also, das verstehe ich nicht. Dass man extra zu einer Brücke fahren muss und dann da runter springen muss. Wenn man sich auch ganz normal an so ein Ding ranhängen kann. Ich find das gut. So. Jetzt versuchen wir mal, diesen Zug zu stoppen. Oh, hier fließen die Kopfgelder, Leute. Da, 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 da. Zoomen wir da mal ein bisschen ran. Oh, ja! Sehr cool. Ah, die Karte nervt. So. Mach mal die Tür auf. What the fuck, Snoop Dogg? Ist ja geil. Fehlt nur noch das Gras. Dann muss ich aber mal schnell was machen hier. Der ist noch mal schneller fahren. Warum hab ich keine Muni mehr? Oh, scheiß. Hey, Snoop. Snoop. Hä? Ah! Nein, ich bin tot, Leute. Oh, kacke, Mann. Genau, wie schon gesagt, WhatsApp. Ihr könnt auch immer ein paar Sachen sagen, was ich so gelabert habe. Ach, ja, stimmt ja. Ich vergesse das immer. Ja, das hab ich hier gelabert. Ja, stimmt ja. Aber wenn die Zeit ist, komm. Hä? Aufnahme senden? Nee, bitte nicht. Einer hat gesagt, äh, einer aus meiner Klasse, gell? Der hat geschrieben. Warte mal, ich will's euch mal hier vorspielen, was der gesagt hat. Der hat gesagt, ich hör mich an wie ein Radiomoderator. Hallo? 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 Was ist jetzt los? Hä? Was ist das für eine Scheiß-Technik? Hallo? Test, test. Hm, die funktionieren dann. Ja, mein Handy ist sowieso im Arsch. Funktioniert nicht. Auf jeden Fall hab ich gesagt, zum, äh, zum Kollegen, gell, aus meiner Klasse. Äh, hallo? 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 Test, test, test. Nehme ich schon auf? Ja. Der hat sich voll den Arsch abgelacht. Hat gesagt, ich soll als Radiomoderator arbeiten. Nein. 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 Ah! Scheiß LKW. Ah, nein! Verdammte Nummer, ich bin hier in der Almöde. Hey, steig mal aus, bitte. Der Patsch 1,80 ist rausgekommen. Hab ich mitbekommen. Leck mich. Ja, der ist sauer. Der ist sauer auf mich. La, la, la. Oh, cool. Ich hab Haare bekommen, Leute. Au. Wär ja mal cool, wenn hier ein Ding reinkommt. Dingsbums, ihr wisst schon. Tiere. Coole Tiere. Hier gibt's nicht mehr viel zu entdecken. Da auch da oben ist irgendwas mit Totenköpfen. Auf jeden Fall sag ich jetzt mal tschau, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom. Auf der Playstation 3. Tschau. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich bin jetzt zur Zeit wenig online. Und, ja, hoffentlich versteht ihr das einfach. Weil ich hab zur Zeit wirklich keine Zeit zu zocken. Erst wieder ab Januar werde ich dann so richtig wieder anfangen mit YouTube und so. Aber es wird trotzdem was kommen auf meinem Kanal. Tschau. Tschau. Vielen Dank.